Wir haben eine SMS-Kurznachricht für Sie. Die Nachricht lautet Mission 1 erfüllt, Ausrufezeichen, Plakate, 8 Komma, Verhaftung, 0 Punkt, Mission 2 folgt, Punkt, hol den Vorschlag, Anna. Mission 2 Komm auf die Straße, komm her zu mir, überall Blumen und Girlanden, Halbzeit knüht. Sieht so aus, als hätten die unser Denkmal heute Nacht schon ohne uns enthüllt. Hol den Vorschlag, Hammer, sie haben uns ein Denkmal gebaut. Und jeder voll Idiot weiß, dass, dass die Liebe versaut. Ich rette die schlechtsten Sprayer dieser Stadt engagieren. Die sollen nachts noch die Trümmer mit Parolen beschmieren. Komm auf die Beine, komm her zu mir, es wird bald hell und wir haben nicht ewig Zeit. Wenn uns jetzt hier wer erwischt, sind wir für immer vereint. Mit den Beton und Seligkeit, hol den Vorschlag, Hammer, sie haben uns ein Denkmal gebaut. Und jeder voll Idiot weiß, dass, dass die Liebe versaut. Ich rette die schlechtsten Sprayer dieser Stadt engagieren. Die sollen nachts noch die Trümmer mit Parolen beschmieren. Siehst du die Hinschrift, da unten bei den Schuhen. Da steht in beiden Aschern, wer soll ne Ewigkeit tun. Hol den Vorschlag, Hammer, sie haben uns ein Denkmal gebaut. Und jeder voll Idiot weiß, dass, dass, dass die Liebe versaut. Und jeder voll Idiot weiß, dass, dass die Liebe versaut. Die sollen nachts noch die Trümmer mit Parolen beschmieren. Sie haben uns ein Denkmal gebaut. Und jeder voll Idiot weiß, dass, dass, dass die Liebe versaut. Ich werd die schlechtsten Sprayer dieser Stadt engagieren. Die sollen nachts noch die Trümmer mit Parolen beschmieren.